Ich bin Dorin Schreiber, ich bin jetzt seit über fünf Jahren bei MÖMMAX und bin Abteilungsleitung in der Wohnzimmerabteilung. Die Verkäufer kümmern sich in erster Linie um den Kunden und um die Ausstellungspflege, wobei für uns Abteilungsleiter natürlich auch der Kunde im Fokus steht. Wir machen zusätzlich Listen, verteilen unsere Mitarbeiter, schreiben Dienstpläne, führen auch Mitarbeitergespräche und kümmern uns eben darum, dass die Abteilung gut läuft. Die Zusammenarbeit bei uns ist super. Also ich habe eine Festangestellte und zwei Azubis. Also wir arbeiten super zusammen, wir haben viel Spaß, wir verstehen uns alle toll. Also es gibt viele, die als Azubi eben in die Firma kommen und dann entweder weitermachen als Abteilungsleiter oder bestes Beispiel ist eine ehemalige Kollegin von mir, die mittlerweile in der Personalentwicklung tätig ist. Gibt es schon viele Möglichkeiten, ja. Also das Schönste ist natürlich, wenn man sieht, wie die Mitarbeiter sich weiterentwickeln. Oder natürlich mit Kunden, wenn man dann zufriedene Kunden hat. Das ist natürlich auch immer schön, wenn man von den Kunden Lob bekommt. Nö, Max. Sieht doch gleich besser aus.